Wenn man aus Deutschland kommt und möchte sich entspannen, dann ist es hier der beste Platz. Hier kann man ganz schnell runterfahren und sich erholen und die Batterien wieder aufladen. Es gibt nichts Besseres für uns hier in Thailand als diesen Platz. Die Natur natürlich und auch die Leute, die hier arbeiten, denen das gehört. Alles wunderschön und freundlich und die besten süßten Früchte gibt es hier auch. Das Meer ist nicht weit, man kann schöne Ausflüge machen. Es wird einem nicht langweilig, auf keinen Fall.